Maria, erzähl uns was passiert. Ich weiß nicht. Wir haben viele Megapixels hier. Ich bin Japaner. Ciao, was ist passiert? Es ist vieles hier passiert, aber wir sind in einer Ceremonie. Es gibt Leute, die weggehen und die sind ganz glücklich. Die wollen wissen, wie diese Leute gehören, was sie sagen. Und wo sind wir gerade? Sie sind in der Hauptstadt. Nein, aber in welchem Land? Total hier in der Cicco. Sehr schön, sehr schön. Also, alles Gute. Ciao, ciao.